Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Auf Schalke ist ja aktuell viel Thema rund um einen möglichen Finanzplan für die Zukunft, einen möglichen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga, sprich die Planungen für unsere Zukunft laufen auf Hochtouren und deswegen gibt es nun auch eine neue Anleihe, denn Schalke stellt auch finanziell die Weichen für die Zukunft. Um die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit zu verbessern, bringt der FC Schalke 04 nun eine neue Anleihe heraus. Das teilte der Verein gestern offiziell mit. Eine Zeichnung ist ab Freitag, dem 18. März möglich und damit plant der Verein, die im Sommer 2023 fällige Anleihe aus dem Jahr 2016 zu refinanzieren. Das Emissionsvolumen der neuen Anleihe, die bis 2027 datiert ist, liegt nach Vereinsangaben bei 34,107 Millionen Euro. Inhaber der alten Anleihe haben die Möglichkeit, sie gegen die neue umzutauschen. Mit einem Zinssatz von 5,5% im Jahr ist das Wertpapier angesichts niedriger Zinsen eine äußerst lukrative Angelegenheit. Zudem wirbt der Revierklub mit einem Bundesliga-Bonus. Sollte Königsblau bis einschließend, jetzt ist es auch 2526, ins Oberhaus zurückkehren, würde eine einmalige Bonuszahlung in Höhe von 2% fällig. Ein Ziel, das fest im Dreijahresplan des Vereins verankert ist, heißt es in der Mitteilung, die Schalker Mittwoch veröffentlicht hat. Und somit ist auch das wieder eine Methode für uns, an frisches Kapital zu kommen. Somit auch da wieder eine gute Möglichkeit, wie unser Vorstand, wie unsere Mitarbeiter da einfach arbeiten. Und auch unser Vorstandsvorsitzender Bernd Schröder ist sich sicher, dass die Emission einen weiteren Baustein darstelle, um die wirtschaftliche und finanzielle Handlungsfähigkeit des Vereins langfristig zu vergrößern. Unsere Finanzvorstandin Christina Rühlhamers wird mit der wiedergewonnenen Seriosität des Vereins. In den vergangenen Monaten haben wir bewiesen, dass wir auch in schwierigen Zeiten mutige Entscheidungen treffen und gleichzeitig vorausschauend agieren können. Und ich finde, das kann man auch wirklich lobend anerkennen, dass aktuell auch das der Fall ist. Also ich hoffe mal, dass es mit solchen kleineren, guten Nachrichten auch weitergehen wird. Eure Meinung zum frischen Kapital für Schalke? Gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker!